Das heißt... 2,3,4,5,6,7,8. Dürft ihr hinhauen. Ähm, gib mir mal das da. Jetzt bin ich doch wieder von meinem Plan abgekommen. Ach egal, macht ja nix. So, weg, weg, weg. Weg, 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 Input, Interface. Ohne. Mach mal. Okay, ähm, so ganz funktioniert dann doch nicht. Ah. Okay, leider nicht. Okay. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, 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 weg will gerade höchster besten mache ich brauche ja eigentlich hier das kreuz auch ist schon noch ich bin hilfsblock wieder daran du kriegst jetzt von oben den eingang genau von oben den eingang und dann kommt hier ein impuls dran jetzt übertrieben diese die wir zu nehmen einfach obwohl nein kommt wir haben es doch ich nehme es den da da ein hin da einer hin nach oben hin abgeben kiste hier nach oben eigentlich ist ganz einfach blacklist livingrock blacklist da darf das nicht rein also darf white list nur hier oben livingrock rennen könnte schon hinhauen das probiere mal einfach aus so und dann kommen hier die ruhen wieder rein ok testen wir mal ohne los ja doch seite funktionieren tut es auch perfekt jetzt kann ich alles automatisieren alle runen machen wir jetzt die haben wir die haben wir die haben wir die haben wir holen auf springen feuer wasser was wie zeppelin und natürlich Natürlich der Living Rock. Welche gibt das nochmal? Spring, Corona. Ich hab grad keine. Ich mach mal kurz einen Platzhalter dafür einbauen. Das ist nur kurzfristig. Weil ich ja faul bin, wie ihr wisst. Man soll ja faul sein, ne? Hier, das da. Da muss das hin. Und... Lexi, bitte einmal... Kraften. So... Warten wir kurz. Sollte eigentlich funktionieren. Dann muss ich natürlich noch einen Filter einbauen. So... So... Wupp... Okay... Ähm... 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 Äh... Zack... Jetzt aber... Okay... Und nochmal... Ähm... Brune... Spring... Perfekt... So... Jetzt kannst du da rein. Okay... Ähm... Nächste Runde... Summer... Das ist eigentlich voll anstrengend. Du siehst ja das. Die ganzen Runden da einzubauen. Kann man nochmal nach und nach. Ach... Passen sich sowieso nicht alle. Ein Interface muss ein zweites hinstellen. Sowas... Naja gut... Okay... Ähm... Wo waren wir als eingestiegen geblieben? Ich hab mich ja hiervon wieder ablenken lassen. Äh... Ich werde das schon leicht ablenken. Hier... Na gut... Was wollten wir machen? Ah ja genau das da... Genau das... 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 Ich könnte schon mal aufstellen so ein bisschen. So... Und zwar... Ich hab hier echt vier gemacht. Und dann kann ich auch fünf machen. Dann sieht das ein bisschen einheitlicher aus. Äh... Gib mir mal noch eine. Mal fünf. So... Okay... Ähm... Ich überlege gerade kurz. Da... Dann... Da... Da... Oh... Ein guter Platz glaube ich. Der sagt... Energy Acceptor... Ähm... Kann ich das so machen? Kann ich das so machen? Er wartet... Eins rüber hätte ich gerne noch. Doch noch. So... Eins rüber. Das klappt besser. So... Also nochmal. Äh... Tesseract Acceptor... Äh... Kabel... Äh... Und... Import... Da brauche ich jetzt aber... Perfekt... Äh... So... Und hier eine der Enderkästen. Und hier eine der Enderkästen. So... Sehr schön... Okay... Ähm... Das ist aber die falsche Stelle glaube ich. Im Nachhinein... Das ist nochmal weg. Jetzt habe ich doch die falsche Erde. Äh... Dann lieber da hin. Kabel... Import... So... Das ist besser. So... Und da kommt dann der... Redstone Manors weiter hin. Ist grad aufgefüllt, ne? Ja... Ähm... Okay. Schauen wir mal. Ohr... Ohr... Schie... Wo ist er denn? Ähm... Gibt mir mal... Lexika... Ohr... 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 Shit... Oh... Das sind viele Pedals... Das ist voll... Anstrengend... Ohr... das ist ja... Ohr... Das ist voll... Ah... Ohr... Ohr... Aspen... Ohr...